Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Ich werde mal nach dir sehen, wenn ich vom Kräutersammeln zurück bin. Wiedersehen, meine kleinen Schlümpfe. Wiedersehen, Papa Schlumpf. Endlich habe ich mal Zeit für mich. Darauf habe ich mich schon lange gefreut. Papa Schlumpf. Ich bin bereit zum Kräutersammeln, Papa Schlumpf. Das sehe ich. Aber eigentlich wollte ich heute mal ganz alleine losgehen. Aber Papa Schlumpf, ich wollte doch eigentlich mein Abenteuerbuch vervollständigen. So ich den. Bald mit Schlau wie Schlumpf. Na ja, Schlau wie das verstehe ich ganz gut. Aber an wen sollen sich die Schlümpfe denn wenden, wenn ich nicht da bin? Daran habe ich gar nicht gedacht, Papa Schlumpf. Dann entschuldige mich jetzt bitte. Ich muss leider zurück die Pflicht auf. Tja, du weißt ja, wie das ist. Jetzt aber nichts wie weg, bevor noch einer mit will. Papa Schlumpf, Papa Schlumpf. Wo kann er nur stecken? Er muss uns bei unserem Baumhaus helfen. Und ich muss ihn etwas über mein Gedicht fragen. Papa Schlumpf ist in den Wald gegangen. Aber macht euch keine Sorgen, denn ich, Schlau wie Schlumpf, bin zurückgekommen, um Fragen, die eventuell auftauchen könnten, zu beantworten. Wann ist Papa Schlumpf wieder da? Morgen. Aber wie ich schon sagte... Gut, dann kommen wir morgen wieder. Ja, damit wäre unsere Frage beantwortet. Hä? Ist doch nicht der Rede wert. Diese kleine blaue Pest ist mir zum letzten Mal entwischt, Asail. Dafür sorgt mein blauer Zaubermagnet. Also dann, jetzt passt schön auf, was passiert, wenn ich das Ding auf etwas Blaues richte. Es funktioniert, Asail. Das, ähm, wie gibt ich Asse, Blaubeeren? Nun stell dir diese kleinen Bläuminge vor, wenn sie merken, dass sie sich stark von dir angezogen fühlen. Seien wir nicht böse Schlumpfine, aber zum Strauchschneiden fehlt dir die Kreativität. Was meinst du damit? Augenblick. Ein bisschen hier, ein bisschen da. Hey, was machst du da? Ich habe etwas kreiert, etwas wirklich Bleibendes, das die Schlümpfe bereichern wird. Mich. Wenn ich deine Hilfe brauche, Schlaube, Schlumpf, werde ich schon darum bitten. Ich habe von Handy noch Werkzeug geholt. Jetzt können wir aber mit unserem Baumhaus anfangen. Nein, Schlumpfling. Ihr habt nämlich das wichtigste Werkzeug, das man zum Bauen eines Baumhauses benötigt, vergessen. Ach ja? Und was ist das? Mein Rat. Hm, lass mal sehen. Hm? Ich bin nicht böse, Hefti, aber Erfinder brauchen Inspiration und nicht Transpiration. Oh, du! Eigentlich hat mich Schlaube dazu inspiriert, die Maschine zu bauen. Ehrlich? Es funktioniert auch als vollautomatischer Schlaube-Pflücker. Hä? Hey, lass mich wieder runter! Ganz wie du willst, Schlaube. Sie wollen also meine Meinung nicht hören. Schön. Doch wer zuletzt lacht, lacht am besten. Auf Papa Schlumpfs Zauberbücher kann man sich eben verlassen. Dieses Zaubermittel wird dafür sorgen, dass ab sofort alle Schlümpfe zu mir kommen, um mich um Rat zu fragen. Schließlich brauchen sie mich, sie wissen es nur noch nicht nur einmal schnuppern und ich kann dir sagen, in jedem Falle musst du Schlaube fragen. Glaubst du, dass es hält? Ich hoffe es. Vielleicht sollten wir Handy fragen. Nein, ich hab ne schlumpfige Idee. Wir brauchen Schlaube! Ähm, Poeti, hast du Schlaube hier sehen? Ja, er muss uns bei unserem Baumhaus helfen. Schlaube kann euch doch nicht bei einem Baumhaus helfen. Ich glaube, er muss mir erst mal beim Dichten helfen. Schlaube! Hallo, Schlaube! Das werden wir ja sehen. Kommt, Jungs! Aber Schlaube muss uns bei unserem Baumhaus helfen. Keine Chance. Ich brauche Schlaube für meine neue Erfindung. So ein Unsinn. Schlaube muss an meinem Gedicht schreiben. Ja, ja, ja! Aber, aber, meine kleinen Schlümpfe. Jeder von euch zieht sich hier eine Nummer und wartet, bis er drankommt. Ich verfüge über das immense Wissen, um alle Fragen zu beantworten. Junge, im Bett zu bleiben ist harte Arbeit. Wie schafft Fauli das nur? Ob das Baumhaus wohl schon fertig ist? Schlaffi, warte! Hör mal mein neues Gedicht. Ich nenne es der Schlumpfbeantworter. Hast du ne Frage, groß oder klein? Die Antwort kennt Schlaubi Schlumpf nur allein. Wie findest du es? Ähm, wie kommst du darauf, dass Schlaube auf alle seine Antwort weist? Na ja, weil er es mir gesagt hat. Hm. Dem sollte man die Dichterlizenz entziehen. Alles klar, Hefti. Was macht ihr da? Wir testen meinen schlumpfomatischen Schlumpfbeeren-Entsafter. Pass auf! Hey! Das verstehe ich nicht. Es lief doch alles nach Schlaubis Anweisung. Das ist ja das Problem. Was willst du damit sagen? Ja, Schlaubi weiß nämlich alles. Und Papa Schlumpf meint, ich sei krank. So, also, ich bin fertig. Das wollten wir doch ganz anders bauen. Aber Schlaubi wollte es so. So was ähnliches hab ich mir schon fast gedacht. Hey, jetzt muss ich nur noch die Tür einhängen. Oh nein! Was machen wir denn jetzt? Ich weiß. Ähm, ähm, ihr fragt Schlaubi. Genau, beeilen wir uns. Hm, wenn ich so darüber nachdenke, habe ich auch ein paar Fragen. Ja! Nein, ich bitte um etwas Geduld. Ich kann jeweils nur einem antworten. Welches Kleid soll ich anziehen, Schlaubi? Dieses weiße da oder dieses weiße da? Du musst doch mein Gedicht verbessern. Was ist mit meinem Entsafter? Nein, 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 zu viele Fragen. Ich hasse zu viele Fragen. Nicht wahr, Schlaubi? Oh! Schlaubi! Mein Schlaube! Mein Rhein! Mein Entsafter! Bitte, bitte lasst mich in Ruhe! In Ruhe lassen? Aber wieso denn? Was weiß ich? Geht nur weg! Aber du weißt alles! Äh, geht mal in den Wald. Äh, geht einfach mal im Wald spazieren. Wo sollen wir spazieren gehen? Ähm, am Fluss. Dort beantworte ich alle eure Fragen. Beeilt euch! Na, endlich sind die weg. Schlaubi, ich muss dir mal ein paar Fragen stellen, weißt du? Äh, äh, äh. Äh, äh, ich kann auch damit warten. Kannst du unser Glück fassen, Assreihe? Tausende und Abertausende von Schlümpfen, die nur darauf warten, gefangen zu werden. Wo bleibt der denn? Oh, Schlaubi, Schlumpf nur bleibt. Genau, ich hab mir nämlich gerade zehn neue Fragen ausgedacht. Hallo, kleine Schlümpfe. Dies herrliche Blau, das ihr tragt, finde ich sehr attraktiv. Ja, ich kann mich! Hilfe! Ich liebe dieses Original Schlumpfblau. Ach du fressender Vielfroß, Schlaubi muss her und zwar schnell. Jetzt ist mir klar, warum der Zauber bei mir nicht gewirkt hat. Mit meiner verstopften Nase konnte ich ja nichts riechen. Kannst du nicht ein bisschen schneller lesen, Schlaubi? Wir müssen schnell ein Gegenmittel... Schlaubi! Papa Schlumpf! Das ist ja sehr erfreulich, dass du wieder da bist. Naja, was soll ich sagen? Irgendwie wusste ich nicht mehr, was für Kräuter ich pflücken wollte. Da bin ich zurückgekommen, um dich zu fragen. Oh, oh. Er steht auch unter diesem Zauber. Schlaubi! Da Gamil fängt die Schlümpfe mit einem Magneten, der blau anzieht. Ach du lieber Schlumpf, was willst du dagegen tun, Schlaubi? Ich hatte schon immer ein offenes Ohr für eure Vorschläge. Du kannst ja Papa Schlumpf bitten, dass er sich um den Gegenzauber kümmert. Und wir retten die Schlümpfe. Und wie bitte? Erzähl ich dir auf dem Weg zu Toulouse. Zu Toulouse? Wenn wir mit unserer Schlumpfbeute erst mal zu Hause sind, Asrael, backen wir uns einen Original-Schlumpfkuchen. Himmel! Bist du immer noch nicht fertig? Gargamel ist gleich da! Fertig. Wie findest du's? Ganz toll! Und jetzt? Lauf mir einfach hinterher. Und die Schlümpfe, die wir nicht für den Kuchen brauchen, wecken wir einfach ein. Stell dir nur vor, Asrael, ein ganzer Schrank voller eingemachter Schlümpfe. Agamil, fang uns doch, fang uns doch. Haha, eine meiner leichtesten Übungen. Dieses Ding hat große Anziehungskraft. Hahaha. Oh, ich hasse diese Schlümpfe, ich hasse sie. Schnell, zurück ins Dorf. Ich wusste, dass du uns retten würdest. Du bist unser Held. Hahaha. Bin ich wohl. Ach, hoffentlich findet Papa Schlumpf bald den Gegenzauber. Pfff. Hahaha. Tch, ach, ich schlumpf mich noch weg. Jetzt hast du die Schlumpfolopolitis, Schlaubi. Na, bei den anderen ist jedenfalls alles wieder beim Alten. Hoffentlich fand ihr das eine leere, Schlaubi. Ja, Papa Schlumpf. Kein Schlumpf kann alle Fragen beantworten. Das war deine beste Antwort, Schlaubi. Ich muss mich wohl damit zufriedengeben, fast alles beantworten zu können. Was? Aua. Seit wann behandelt man so einen todkranken Schlumpf? Ich muss mich jetzt immer grade aufhören, schon mal gröchst.